Hast du schon mal draußen Sex gehabt? Hi zusammen! Ich hab grad einen Artikel über aufregende Orte gelesen, an denen man Sex haben kann. Und ich hab das noch nie gemacht, nur einmal in einem Auto. Ist das langweilig? Manchmal hab ich das Gefühl, dass meine Beziehung auch ein bisschen langweilig ist, denkt ihr, dass Sex an neuen Orten ein bisschen helfen könnte. Und an welchen Orten hattet ihr schon mal Sex? Danke euch! Ich war mal verliebt in einen Typen, der mich draußen jedes Mal quasi schon gefingert hat. Ich wollte das nicht, aber ich war so verliebt, also hab ich genommen, was er mir gegeben hat. Naja, war nicht so geil. War mir eher peinlich. Sex und draußen? Da wird die Teilnehmerliste auf Reddit aber sehr klein ausfallen. Muss ja nicht zwangsläufig eine andere Person beteiligt gewesen sein. Ja, hatte auch schon draußen Sex. Aber weniger, weil der Kick so total geil ist, sondern mehr, weil es sich halt einfach so ergeben hat. Mit meiner Ex-Freundin war ich mal im Sommer am Rhein. Sie hat irgendwann Lust gekriegt und wir sind dann ins hohe Gras, abseits anderer Menschen. Haben leider keine Pokémon getroffen. Nur einen Hund. Mit einer anderen Ex-Freundin hier in der Nähe am Bach. Da gehen oft Leute mit ihren Hunden spazieren und sie fand die Aufregung total geil, also einfach gemacht, auch wenn ich mich erst ein wenig gesträubt habe. Im Endeffekt war's aber gar nicht so übel. Mit einer Affäre hab ich auch mal Sex im Auto gehabt. Da das nachts war und sie einen ruhigen Parkplatz gesucht hat, war das jetzt nichts besonders Aufregendes. Klar, was anderes und eine Erfahrung, die man durchaus mal machen kann. Aber es war auch nicht so super, da der Raum in einem durchschnittlich großen Auto schon echt begrenzt ist, was so einiges relativ umständlich macht. Generell find ich Sex draußen an der frischen Luft schon ganz cool. Aber dieser Kick erwischt werden zu können turnt mich nicht besonders an. Es geht mehr so um das schöne und außergewöhnliche Setting als um irgendwelche Kicks und King-Befriedigung. Alleine darüber zu reden und klarzumachen, dass dir Sex für eure Beziehung wichtig ist und was du dabei genießt, kann euer Sexleben schon wesentlich besser machen. Manchmal kommt auch dabei raus, dass es eine Fantasie ist, die in echt kaum Spaß macht. Zu guter Letzt ein Tipp fürs Draußenvögeln, Decke mitnehmen. Gras in der Kimmel juckt unfassbar. Und Sand im Getriebe ist auch ätzend. Gibt's was Besseres als mit ner schönen Frau allein im Wald. Klar, daheim allein im Keller mit ner Pizza vom Lieferdienst. Schramm Weil. Ja, jetzt mal. Alles klar. Herzlicher. Tschüss. Tschüss. Wir Jesperiente Zeitung.